Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Scheiß drauf Achso hier, ach hier, ach so okay Sieh sie, hier wär man auch wieder hochgekommen, ich hab die Stelle bloß nicht wiedergefunden Miester die Inkompetenz Die waren ein bisschen weiter hinten Ja je mehr Einfluss, desto besser, ich brauch auch noch Einfluss dann ne, ansonsten, also ich brauch noch Einfluss, wir brauchen auch noch mehrere mit Das ist das jetzt, ich hab ne Stink, ich bin diese Stinkviecher reingerannt Jetzt ist mein Auto, glaub ich, verseucht Schön, super gemacht Geht das auch wieder weg? Ich frag für nen Freund Ja, es geht wieder weg, okay Okay, Notiz an mich selbst, nicht durch diese aufgeblähten Typen fahren Ist keine gute Idee Ja, wenn's wieder weggeht, ist ja okay Ist immer noch besser, als wenn die dich quasi erwischen, oder? Naja, die explodieren ja, glaub ich, dann einfach nur Also es läuft auch gleich hinaus So, also hier steig ich erst aus, wenn du auch da bist Gehst ja schon wieder alles verseucht Okay, da kommst du aber schon Ja, wegrennen bringt nix, wir müssen die schon killen Ne Seh ich nicht einen Äh, nein Hilfe, jetzt bin ich ins scheiß Emote-Rad gekommen Emote Er macht auf Fortnite, Digga Äh, jetzt brauch ich wirklich Hilfe Wie benutze ich die scheiß Granate? Ich brauch aber sowas von Hilfe Die braucht jetzt ne Pause, willst du mich verarschen? Alter, muss der lange die Armbrust nachladen Wie Wie benutze ich das Ding? Ich hab ne Granate, denn wie benutze ich die? Okay, es ist down, es ist down Alter, das hat aber wirklich schon wieder ganz schön viel Munition gekostet Hä? Benutzt das Ding? Er sagt, er kann im Notfall auch noch ne Granate benutzen und tut's aber nicht Ich hab die im Rucksack, ich wollte grad benutzen, aber es geht nicht Äh, okay Weird Okay, ich hab ne MP, ich hab ne MP gefunden, das ist schon mal ganz nice Ideal für große Schrauben, eine Explosion aus großer Distanz Du musst die dann während dem Zielen ausrüsten, ach so Okay Nee, es muss doch nicht, das geht auch ohne Äh, hier liegt noch ein Armbrustbolzen, ist der von dir? Jaja Okay, besser get ready So, ich hab ne Probe noch, hier kannst du noch was looten Du müsstest die auch wieder aufheben, ne? Ja, ich heb sie doch auf Bleiben sie jetzt mal bitte einmal ganz cool Ich seh den, ach doch, doch hier Ach ne, nicht Außenposten beanspruchen Ja, den aufnehmen, sehr gut Gott, ich kann schon wieder nichts mehr tragen, ne? Ey, wir haben ne Spiel- ey, ich hab ne Playstation gefunden Ne, ne Xbox, ich hab ne Xbox gefunden Hä? Wie, du hast ne Xbox gefunden? Ja, da ist ne Xbox drin Ähm, da muss ich was an- das ist, glaub ich, gut, damit unsere Leute ein bisschen was zu tun haben Ne Xbox Ja Mhm Na, gut Äh, ich hab hier noch einen Armbrustbolzen aufgesammelt Ich schmeiß dir den da mal hin So, jetzt bin ich schon wieder, jetzt bin ich schon wieder komplett voll, ne? Ja, man kennt das Okay Ich brauch so lange zum Nachladen Ich brauch tausend Okay, ich brauch aber auch noch, äh Wir brauchen fünf Mitglieder in unserer Gruppe, ne? Wir brauchen fünf Leute, damit wir den beanspruchen können Das heißt, der ist wirklich größer als der andere Okay Ja, ist das Ist das einfach, weil die Scheiße im Schießen ist, oder was? Deswegen braucht die hier zehn Jahre zum Nachladen, oder wie? Komische Frau So, ich hab die Xbox da mal reingelegt Für jeden Fall, dass du mir nicht geglaubt hast Ja gut So geht's natürlich auch Setzt sie sich einfach da hinten in den Koffer rum Na, ich... Ja, ich hab halt... Na, ich hab halt das Inventar frei gemacht, damit ich hier noch den ganzen anderen Kram mitnehmen kann Jupp, das ist ne Xbox Das ist ne Xbox Das ist die erste Xbox Die können wir aber auch zerlegen für Einzelteile, äh, für Sachen Ne, 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 lasst, lasst ihn mal auf in der Base einstellen Das sorgt, gibt wieder für, äh, ist wieder für Moral Ganz gut Dann haben die was zum Zocken so Also das hat wirklich Pluspunkte gebracht, als ich, äh, als ich, äh, das Sofa da hingestellt hab und so Nein, das doch nicht Nein, du sollst nicht die Tür öffnen Jetzt sind wir wirklich voll Gut, das Seuchenherst ist auch zerstört, sehr gut Das ist doch wunderbar Der kommt, das komplette Gebiet hier unten ist frei Und hier können wir so krass viel looten, ne Hier sind überall Häuser, man kann alles looten Ich weiß nicht, macht das Sinn, die Schusswaffen benutzen zu lassen? Level die dadurch? Wirklich? Ja, kann durch Schießen auf Gegner verbessert werden, okay Die ist halt so kacke damit gerade Ja, na klar Ja, also du verbesserst den Skill, indem du das machst Das ist halt wie in Skyrim Ja, ja Aber dass du dich so lange zum Nachladen brauchst Wenn ich hier in eine Gefahrensituation komme, bin ich einfach tot Dann bin ich tot Dann bin ich einfach tot Oh, ich kann die Seuchenprobe nicht mitnehmen Hoppla Oh mein Gott, ich bin stuck Nein Mein Auto ist weg Wie, dein Auto ist weg? Ich komme hier nicht mehr raus Wo bist du denn? Ich bin in so einer scheiß Ecke, stuck Ich sehe es auf der Karte Das muss ich mir ja mal genauer achten Alter, komm schon Du musst mich hier irgendwie raus Du musst mich rausrammen oder so Du musst mich hier rausrammen Ich komme hier letztendlich nicht mehr raus Ich bin wirklich stuck Für immer Warte, hier komme ich mit meinem Auto nie lang Digga, willst du mich verarschen, Alter? Hilft es, wenn ich dich da rausspränge? Ne, das Oh, Joll, jetzt geht's Okay Deine bloße Anwesenheit hat dafür gesorgt, dass ich wieder rausgekommen bin Perfekt Ja, also Schon die Tatsache, dass wir fünf Leute brauchen, um diesen anderen Außenposten zu beanspruchen Zeigt uns, dass der viel, viel größer ist Also der ist wahrscheinlich wirklich Für die Hauptbase eine geilere Idee, wenn wir so eine größere nehmen von denen Vielleicht finden wir auch noch einen besseren Vielleicht finden wir auch noch einen besseren Aber der braucht dann auch noch mehr Anspruch Ne, vielleicht finden wir auch einen, der vielleicht schon ein bisschen kleiner ist dafür Vielleicht dann, ja Ja, aber wir wollen einen richtig, richtig großen eigentlich haben, oder? Ist doch geil Ja, schon Also ich glaube, wenn der Außenposten größer ist, je größer, desto besser Dann brauchen wir halt mehr Leute Ja, zwei, zwei Leute noch Wir müssen die irgendwie anheuern oder so Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man die halt, äh Anheuert Oh, hier habe ich ein Gartenbuch Alter, da kriegt man drei Sterne, wenn man so ein Buch liest Drei Sterne kriegt man dazu Das ist schon nice Was bringt einem eigentlich der Rucksack? Also so ein normaler Rucksack Dadurch habe ich doch auch nicht Also hat man dadurch einen Platz mehr, oder so? Weil ich habe jetzt nicht Na, es gibt ja unterschiedliche Ja, ich habe so einen Wenn du zum Beispiel einen normalen Rucksack hast und findest einen großen Dann hast du mehr Platz, ja Ach so, hat man immer von Anfang an auch einen ausgerüstet, einen Rucksack Ja, stimmt Jeder hat irgendwie immer einen Rucksack dabei gehabt Okay, ja Jennifer heilt sich bei mir dauerhaft, ne Die hatte vorhin 60% Infektion, die hat jetzt nur noch 28 Das heißt, die ist bald wieder Auf Vordermann Erstmal ne Pille nehmen Ach, hier kann ich die Infektion behandeln, okay Brauche ich drei Seuchenproben Ich könnte was installieren, dass man sofort kostenlos gesundheitsregenerieren kann Dafür müsste ich das, was uns Moral bringt Also man kann immer nur eine Modifikation pro Ort anbringen Die haben alle eine Gasvergiftung Ich weiß nicht, wie ich das kurieren soll Ach, nö Ich hab wieder den Charakter gewechselt Jetzt bin ich wieder in dieser Übersicht gefangen Das gibt's doch nicht Why? Nützt es was, wenn ich raus und wieder reins habe? Nützt mir das vielleicht was? Nein, das tut's nicht Ach, Mann Diesmal muss ich tatsächlich den Charakter gar nicht wechseln Boah, okay, ist ja gut Dann gehe ich hier wieder zum Hauptmenü, Mann Da unten gibt's ein befestigtes Feuerwehrhaus Da haben wir auch nochmal ne Quest Also da, wo wir das eine Ding schon geklärt haben Können wir gern machen, sobald ich wieder auf deinen Server gejoint bin Ich markier das dann schon mal und lade euch nochmal ein Ich krieg auch jedes Mal Belohnung, wenn ich mit dir spiele Jetzt hab ich sogar ne Waffe gekriegt Hä? Du kriegst ne Waffe einfach geschenkt, dafür, dass du mit mir spielst? Ja, ich krieg mehr Spielerbelohnung Ich hab auch Munition und, äh, Medizin gekriegt Das ist ja schon Cheating irgendwie Nö Ich krieg das nämlich nicht Das sehe ich anders Find ich schon Ich find das super Okay, für die Waffe hab ich aber keine Munition, leider Juh, die Waffe mit Schalldämpfer nämlich nicht Wie, der hat keinen Platz Ach, der hat gar keinen Rucksack mehr Lol, what? Es gibt nen Kartenausgang Man kann, man kann auf ne neue Karte wechseln Wir müssen gar nicht auf dieser Karte bleiben Okay Die Frage, die ich mir stelle ist Können wir danach auch wieder zurück auf diese Karte oder nicht? Ja, das wär halt die Frage Ja, also das wär wirklich wichtig zu wissen, ne? Okay, der ist aber immer noch kurz davor infiziert zu sein, irgendwie der Typ Das irgendwie Ist das immer noch sehr komisch Ah, okay, jetzt konnte ich ihn healen Das ist ja schön Gut, dann mal wieder Ähm Du hattest mich eingeladen, ne? Ja Wird mir nicht angezeigt Lad mich mal nochmal ein Ach, mit dir ist das immer So'n Ding Wenn wir noch mehr Zeds gehen, um hier zu gehen Du möchtest gehen, um hier zu gehen Ach, Digga Dein Grund, du ist doch verknüpft Ficke dich So was Bodenloses Ich kann dir nicht beiträgen Du wirst mir jetzt nicht mehr angezeigt Das ist doch scheiße Du wirst mir angezeigt Warum muss dieses Spiel so kompliziert sein? Ich glaub, du machst das einfach alles nur komplizierter als es ist Ich hör den Sound von der Einladung Aber wenn ich hier auf mehr Spieler gehe, bist du da nicht mehr Ich bin hier noch, glaub mir Was? Ich verspreche's dir Geh es einfach Man, oh Mann Ach, hier kann ich noch Ah, hier kann ich, glaub ich, noch ne Modi Ja, genau So, jetzt sollten die eigentlich auch ein bisschen Strom selber Produzieren Ja, beitreten Ja Hier spielen Ja, danke Hat nicht funktioniert Perfekt Man Okay Nein, jetzt hab ich beendet So ein Desktop gemacht Pfff Ah, nee, jetzt, jetzt startet er das Spiel nochmal Jetzt soll ich mich hier wahrscheinlich dann direkt Das wär schön Was will er denn jetzt mit der EA App? Lass doch mal EA aus dem Spiel Ja, jetzt, jetzt join ich dir Okay, cool Das wär schön Es brauchte bloß ein Starten der Xbox-Anwendung und ein Neustart des Spiels Yay Warte mal, bin ich jetzt Bin ich jetzt bei dir? Jaja Ja, okay Aber er hat meine Ausrüstung nicht gespeichert Okay Dann eben nochmal ausrüsten Weil's so schön war Äh Wollte schon grad sagen Where should I put this? Okay Okay War mein Kofferraum ausgeleert? Nein, mein Kofferraum ist noch voll Äh, was denn jetzt? Ähm Warum? Du bist bei mir Warum bin ich bei dir? Wieso? Und wie? Wie? Wie macht er das? Er cheated Das geht doch nicht Ja, nee Also das wäre schon gut Wenn du dein eigenes Auto mitnimmst Damit wir ein bisschen mehr Luke mitnehmen können Ja, ich wollte auch gar nicht hier sein Das ist alles ein ganz großes Missverständnis Schmutz Kein Platz für das Okay, nee Die Waffe ist vielleicht doch nicht optimal Die brauchst du sehr lange Zum Schwingen Dann doch lieber so ein Hackbeil Hä? Ich werde hier die ganze Zeit hin und her teleportiert Was soll die Scheiße? Das war doch vorher nicht so Ping Problems Jetzt ist das wieder so ein Ding wie Wie hieß denn das Spiel? Wo du immer teleportiert wurdest War das Wo war denn das? Ark Ja, richtig Das war ein Ark Das war ja ein Ark Das war ein Ark, ja Wo ich ständig Aber da wurde ich ständig zu dir teleportiert, glaube ich Ja, ja Immer wenn ich ein neues Gebiet betreten habe Okay, kommst du jetzt dann oder? Ja Warten wir hier noch ein bisschen länger Ja Ich bin ja schon wieder eigentlich falsch, ne? Aber egal. Hier können wir auch, glaube ich, dann irgendwie... Vielleicht hier durch oder so? Ach so. Auch gut, mir fällt gerade auch mal auf, vorhin, wo ich gesagt habe, ich habe gleich selects. Hast du ja gefragt, ob ich was runterlade? Ich streame ja nebenbei gerade. Ja, richtig. Ja, daran wird es wahrscheinlich gelegen haben. Das könnte sein, ja. Und ich nehme auf. Hätte andersrum sein müssen. Du nimmst auf. Ja, ich nehme immer auf, wenn wir State of Decay spielen. Ach, ist das so? Ja. Wusste ich nicht. Da hat mein treuester Fan wohl meinen Kanal seit ein paar Tagen nicht mehr verfolgt. Na doch, aber da steht immer so viel Osu, da... Da sehe ich doch nicht mehr durch. Da sehe ich nicht mehr durch. Ist einfach zu viel, weißt du? Zu viel Content. Ja, was ist denn das hier? Hier ist so eine scheiß Blockade irgendwie, ne? Ja, hier ist irgendwie so ein Haufen Scheiß auf dem Boden. Man kann diese... Diese Strommasten nicht umfahren. Das ist mega unrealistisch. Jo! Jo! What up? What up? Hier geht's auch wieder ein bisschen was zu looten. Und Tressi ist auch hier. Tressi. Hier ist was für dich zum looten. Oh, wir können sie anheuern, ja? Das ist gut. Ist das so? Zumindest viele Sachen. Oh, ich hab ne Schrotze gefunden. Mir wird hier irgendwie nix angezeigt. Von wegen reden. Ja, hier in dem Raum ist relativ viel. Alter, wie viele sind denn hier? Ich bin hoch an das. Hey, ist das... Ist das ein Anzeigefehler? Mir wird gar nix angezeigt, dass ich looten kann. Junge, in dem Raum hier. Hallo. Jetzt steht sie mir wieder im Weg. Lass mich durch. Okay, hier kommen sie. Also hier wurde mir eine Sache angezeigt, die ich looten konnte. Irgendwo da hab ich noch ne andere gesehen. Oh nein, ein Seuchen-Zombie. Ein fetter Seuchen-Zombie. Oh, ich hab noch ein Toolkit gefunden. Wunderbar. Ich seh nur noch nicht mehr Raum für das. Ich bin auf meinen letzten Lagen hier. Ach, mein Kofferraum ist ja noch voll. Ich hab meinen Kofferraum nicht leergeräumt beim letzten Mal. Ich nehm mal deinen, ne? Na klar. Was auch sonst? Runder von meinem Auto. Ja, Medikamentenrucksack. Wichtig und richtig. Hier ist auch noch was für dich zum looten, im Übrigen. Hier sehe ich auch noch ne Box. Wir haben eine Komponente. Siehst du, das ist das, die sich umgehalten? Ja, die sehe ich tatsächlich auch. Kein Platz, um ihn zu setzen. Und hier ist noch, warte mal, hier ist noch ein Pucksack. Den kannst du dir noch aufsetzen. Achso, ne. Kannst du ohne, kannst ja natürlich nicht. Ich muss den, ich muss einen Pucksack bei dir in den Kofferraum packen. Da will einer rein. Aber wenn du die Pucksäcke abgibst, dann werden die Ressourcen schon der Base quasi zugeschrieben und nicht dir oder so, oder? Also in deinem privaten. Ne, ne, die landen bei dir. Okay, das ist gut. Stimmt. Ich bin quasi wie so ne Art Söldner. Ja, stimmt, hattest du ja beim, ja, True. Hattest du ja beim letzten Mal auch gemacht. Mit den Materialien. So, wo, wo müssen wir sie jetzt hinbringen? Achso, da. Du hast eine, jede Menge Einfluss. Ja, aber ist das schon genug um die Base da oben? Alter. Alter. Da gibt's noch ne Grö... Warte mal, welche war das, die wir hatten? Fort Marshall war das, ne? Ja, Fort Marshall ist ja ne richtig, richtig fette. Ich glaub, die können wir nicht beanspruchen. Da brauchen wir acht Leute und 2000 Einfluss. Hä, was ist denn das jetzt? Warum genau steigt sie jetzt hier aus? Also es gibt einen etwas kleineren Außenposten, den wir, glaub ich, noch nicht... Die Gelassenheitsfabrik. Den könnten wir relativ bald vielleicht... Also den könnten wir noch eher einnehmen als dieses richtig fette. Gelassenheitsfabrik. Die ist oben. Die ist, wenn, wenn... Über dem Fluss direkt. Da, wo der Fluss sich in drei Teile teilt, direkt darüber ist die Gelassenheitsfabrik. Und, und, und unten rechts bei diesen ganzen Kästchen, bei den ganzen Wohnblöcken, ist im unteren rechten Kasten auch noch Fort Marshall. Das ist aber ne riesige Base. Ne riesige Base. Da müssten wir noch viel länger sparen. Wenn wir die Gelassenheitsfabrik, die könnte man sich mal anschauen. Ich glaub, das war nicht das, wo wir... Also, wo wir drinnen waren, die wir untersucht haben. Ich glaub, das war die unten rechts. Aber die ist halt dann richtig, richtig fett. Und die andere ist vielleicht so ein bisschen kleiner, aber würde sich trotzdem ganz gut machen. Das wird nicht passieren. Hä? Ach so. Okay, hier kannst du noch richtig viel looten. Ja, ich bin voll... Ich bin komplett voll, ne? Also, ich kann jetzt hier gar nichts mehr looten. Wir müssen jetzt erstmal zurück. Hier kannst du auch wieder nur du looten. Digga, wir haben sie nur einmal die Straße rüber... Was macht sie denn hier? Hallo, was machst du da? Oh, nö. Sie ist... Oh, nö. Was denn? Sie ist stuck. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt haben wir sie, glaub ich... Warte mal, wo soll sie jetzt hin? Okay, dahin. Hier ist grad die ganze Zeit in den Zaun hochgeklettert und dann wieder runtergerutscht und dann wieder den Zaun hochgeklettert. Das ist weird. So, ist sie jetzt hier mit drin eigentlich? Oder fahr ich hier alleine? Oh, sie ist... Alter! Sie macht das immer noch. Ich glaub, ich muss mir die Sache da jetzt erstmal angucken. Komm jetzt mit. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist sie, glaub ich, wieder normal, oder? Nein! Jedes Mal wieder. Sie kommt da nicht mehr raus. Äh, da kommt ein Haufen Zombies. Sie kommt hier nicht mehr weg. Ach, du Scheiße. Ich seh nix, der Baum ist im Weg. Sie ist, sie ist stuck da. Sie kann nicht hinterherkommen, leider. Also, jetzt wissen sie, dass ich hier bin. Ich kann das nicht mehr wegnehmen. Ich kann das nicht mehr wegnehmen. Äh, hier ist noch ne Granate. Warum tust du das? Lass es. Hör doch auf! Ja, die kommt da halt nicht mehr weg, ne? Weil man kann nicht durchs Haus durch. Man kann nur durch die über diesen Zaun rüber. Aber dann... Ja, das bringt überhaupt nichts. Sie teleportiert sich auch leider jetzt nicht mit, wenn nicht irgendwie, ne? Guck mal, sie sieht... Also, ihr Versuch, da irgendwie wegzukommen, sorgt dafür, dass sie immer wieder da raufklettert. Ja, der braucht auch so lange zum Nachladen, hä? Der ist doch gut im Schießen. Ich raff's nicht. Soll ich da vielleicht... Oh, gut, dann hat sich die Tante wohl erledigt. Nee, nee, so schnell gebe ich die Quest nicht auf. Wir sind extra fucking hierher gekommen, okay? Ich fahr da jetzt trotzdem hin. Vielleicht teleportiert sie sich dann da hin. Ja, komm doch mal mit. Ich glaub nicht. Warte mal. Ich glaube, ich höre mehr von ihnen. Hier ist auch mega viel Loot, ne? Warte. Ich glaub, wir können... Ich glaub, das... Ich glaub, das... Ja, sie kommt, sie kommt, jetzt kommt sie. She's coming. Musik